Hallo Freunde! Hier ist wieder der Pille-Mann! Ach, das hört schon scheiße an, wenn ich immer sage, hier ist der Pille-Mann. Ja, ich wollte euch mal hier meinen Arbeitsplatz zeigen. Das ist mein Radio, eine Klimaanlage, meine Getränke, mein Beifahrersitz und mein Lenkrad. Ja, ist halt ein Scania 480. Also dann, bis demnächst.